Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner, Steiner, sollte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum, Keitel, Jodl, Krebs und Butter. Das war ein Befehl. Der Angriff Steiner war ein Befehl. Wer sind Sie? Das hier Sparrow, die mein Befehl, so in das Leibfluss. Oh mein, ich bin einfach genau. Der Minister hat mich verlogen. Der Minister hat mich verlogen, sogar die Osten. Die gesamte Generalität ist nichts weiteres ein Haufen niederstrecklicher Treue oder Feiglinge. Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verblicken. Ich bin Feiglinge, verreichter, Verzager. Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich. Die Generalität ist ein Geschenk des 1915. Sie sind ohne Ehre. Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademie in Zucker gebracht haben, nur um zu laden, die mein Messer da behält. Jahre lang hat das Militär mal der Akkronik nur behielt. Es hat mich jeden nur als mit Piggern widerstand in den Weg gelegt. Es hat der Kump daran getan, von Jahren alle hoeren Offiziere registriert zu lassen. Wie ist Stalin? Ich war nie auf einer Akademie. und doch habe ich allein allein aus mir das Geld ganz Europa erobert. Verräter. Von allem Anfang an, bin ich so verraten und betrogen worden. Es wurde ein ungeheurer Verrat geübt am deutschen Volke. Aber alle dieser Verräter werden bezahlen. Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen. sie wird das Zauber in ihrem eigenen Blut. Bitte gerne. Beruhig dich doch. Meine Befehle sind in den Wind gesprochen. Es ist unmöglich unter diesen Umständen zu führen. Es ist aus. der Trick ist verloren. Aber will sie meine Herren glauben, dass ich das in Berlin verlasse? Irrfen sie sich der Wald ist. Eher jacke ich mir eine Kugel durch den Kopf. Gehen Sie, was sie wollen. F***ing s*** f*** me in a f*** ass. F*** you you f***.